Was geht ab ihr Zocker? Heute spielen wir in Chivalry 2 ein großes Turnier, ja ein 64-Mann-Turnier, 32 auf jeder Zahl, rot gegen blau und wie das ausgeht und dieses Gewetzel, freut euch schon mal drauf und gönnt euch das. Was für einen Charakter habe ich? Warum kann ich mir vorher einen Charakter auswählen? Wer ist denn jetzt wer? Ehrgott, Viral, Saibot, Hallo, ich seh den, Mikey, Mikey, ich bin hinter dir, für den Krieg! Ich bin der Roter, ich bin der Roter, was hat dich? Auch rot. Stört, hab ihn, er hat einen Helm verloren. Oh nein, au, ich hab voll einen gezeuert bekommen, so spinnst du? Komm her, au, der haut nur wie so ein Hühnchen um sich. Ich wurde abgeschossen. Oh, Hut, verwüsterwoll ich. Komm, ich bin jetzt mit dem... Okay, das hört sich eher an, als hört der Mikey kacken. Überkopiert! Oh, das ist doch, Mikey, beim Analsex. Das ist doch lustig. Sagte seine Freunde, oah, stört! Gekontert! Nein, doch nicht. Au. Wie schlecht ist er? Ah, jetzt geht bei mir der Schleif. Oh, fuck. Der hat einen Hammer! Da hat einer einfach... Aua, helf hier! PS-H-Mani! Wo ganz viele Kerzen draus? Der Kronleuchert hat gerade einer mitgekämpft. Okay. Aua, Kopf ab! Wie jetzt, he, Kumpel? Aua, Angriff! Oh, der hat mich geschubst! Aber der Waffe ist weg! Ich bin schon wieder bezwungen. Oh, oh. Oh, no! Der Ahle, der läuft da alleine, der Spinner! Geht einfach zu unserer Spawn-Punkte, ein Spasti! Meint der so, ich spawntrappe euch alle? Aua! Oh, fuck. It was at this moment that he knew. Doch, Hilfe! He fucked up. Du brauchst Hilfe! Oh, ich brauch Hilfe! Ich brauch auch Hilfe! Ich bin halt bei dir, Leute. Ich hab meine Hand verloren! Welche hast du denn verloren? Habt ihr linke verloren übrigens, ne? Das heißt, der Wichsarm ist ja noch in Ordnung. Was machst du denn da, Hammerbruder, hä? Das ist mein Brot! Der hat mich mit Brot beschmissen! Abwins Mutter ist, sie ist so arm, dass die Enten sie mit Brot bewerfen. Au! Alter, wie schnell ist der denn? Boah, du kriegst aber getötet. Aber da... Er hat entwaffnet. So geht das also. Alter! Oh, das sind ja ein paar viele. Einen hab ich auch entwaffnet. Oh, der hat mich geboxt! Ich hab einen getötet im Liegen! Jungs, wer kann... Hilf mir! Ah, der. Aua! Kriegshoch! Nein! Das ist Feuer! Ich dachte, das ist so geil. Ich hab einfach einen am Boden umgenietet. Wie geil ist das denn? Ey, Leute! Ich blase jetzt in mein Didgeridoo und dann hättet ihr alle Lebenshaut gekriegen. Wir haben noch 30 Truppen! Oh, fuck, ja. Das soll er nachholen. Au! Scheiße! Boah! 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 No! Die hat einen fucking Stein auf mich geworfen. Was ist das denn? Mich hat sich jetzt schon wieder mein eigener verletzt. No! Ja, aber... Boah! Boah! What the hell? Gibt euch immer Schützenhilfe! 간fer weg! Oh, fuck! Ja, die Geheimfert slide! Die Geheimfertigte haben verloren! Ne, ne, wir haben verloren! Deswegen haben wir Waffen verloren! Zweite dat nella verloren! Wie geil war das denn? Hilfe! Das mit Wickst wird wohl nix mehr! Ein an abgedreck in die Schult an der Gesellschaft später! In drei Sekunden spawn ich. Attacke! Wow, was zum... Er hat meinen Kopf gespann. Ach, shit. Kenn ich. I got the power. I got the power. Hey, du hast da zwei Gegner. Ich hab da drei. Einen hab ich aber angettet, glaub ich. Hier wirft seine Waffe. Okay, kann man ja machen. Er hat's geblockt. Ah, angepiekst. Au! Das hat wehgetan. Stirp, Alter. Stirp, du decker. Ah, hab ihn. Wo ist der Nächste, hä? Da kommen zwei. Da kommen sogar mehr. Oh, Junge. Hey, war das irgendwie so meine favorite Cluster, Alter? Der ist so eine Cluster aus. Reichweite. Boah, Alter. Ich helfe dir komplett. Das kann ich wieder verlebt, der Team. Mach ich jetzt. Ich musste aufpassen. Ah, geblockt, verdammt. Komm her. Au. Das war zu spät. Au. Au. Ich muss mal links mir einen neuen Verband holen. Äh. Alter, die Sporttrap mir hier an die Kiste zu. Ach, stimmt. Man muss sich die Vorräte hernehmen. Das ist ja nicht mein Hund, Alter. Oh, hot, 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 hot. Ich hab red, Alter. Hot, 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 hot. Au. Ey, Junge, Alter. Ich hab mich geheilt. Nur, um nochmal geheilt. Mich nochmal heilen zu müssen. Was machst du denn? Ja, wache, ihr Pizzer. Hast du verboten gefunden, oder was? Die Blauen sind die schöneren Farben. Äh. Äh. Oh, einer ist entwaffnet. Oh, nach dem Kopf verloren. Ja. Ich bin auch. Äh. Ach, scheiße. Der hat mir mein Kehl gekraut. Äh. Konter. Einer ist tot. Den hab ich zwar nicht gesehen, aber... Gut. Ah, nein. Nein, nee. Ich will immer mit X-Ner spawnen, dann lobe ich die Gegner, Alter. Das ist wie, als ob du ein Like auf ein Video, was du nicht magst. So, scheiße. Na komm, wo ist der Nächste, hä? Äh. An geht jetzt. Oha. Ihr seid ja aber mega kreativ hier, hä? Oh, was? Oh, fuck. Gewährschaftkeule. Ich vergesse das. Na gut, weiter geht's. Bö, bö, bö. Angriff. Er hat geblockt. Dann tret ich dir deinen Block weg. Oder auch nicht. Ja, man. Genau. Zwei Estes. Geil. Nice. Äh. Angehäht. Piekst hier. Überkopf. Piep. Oh, tut mir das weh? Wollt es auch. Äh. Oh, von allen Seiten. Äh. Hab einen. Finishing. Ich wollte meinen Verbandskasten nehmen. Ich war's tot. Oh, fuck, Alter. Kein Wunder. Ich bleib hier hängen. Ja, dann hast du Pech gehabt, Bruder. Aber wenn du einen wiederbelebst, bekommst du einen Lebensbonus. Das ist nur etwa 20 Punkte. Das ist doch cool. Macht das Wiederbeleben ja auch schon interessanter, oder? Haa. Haa. Oh, wow. Ah. Aua. Mit deinem kleinen... Was willst du hier mit deinem kleinen Taschenmesser? Okay. Oh, der kam einfach angesprintet. Was war das denn? Der Mikey einfach von oben so bock. Das war schon cool. Das sah so dämlich aus. Angriff, macht die Roten fertig. Ich bin rechts. Ich bin rechts, Bruder. Ich bin jetzt am Mikey. Achso, ich sehe den rechten Ding. Okay. Ah, ja, ich sehe euch. Ah. Ah. Hey, Mikey, ich gebe dir Heilung. Hier. Ah. Au. Ich nehme, ich komme. Ah, scheiße. Von hinten. Oh, fuck. Ah. Jetzt, Jungs. Oh, fuck. Nein. Ah, komm. Da war ich schon wieder alleine, Junge. Zu viele. Au. Oh, ho, ho, ho. Da kam er da mit Sprungangriff, Alter. Ich wollte in der Mitte unterstützen, Junge. Ich habe hier ein paar Spür. Ich komme. Ich komme, ich komme. Da hat sie, ich halte durch. Mike, hinter dir. Oh, mein Shit ist kaputt. Da piekst ich halt mit deinem Schwert. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Ich stecke dich, ich stecke dich. Ja, hast du deine Hand verloren, du Bitch, ne? Au. Oh, ich habe null Life, Alter. Ich habe so wenig Leben gehabt jetzt gerade. Au. In der 1HP oder so. Ach, jetzt kommt der von der... Oh, wie kommen wir von hinten? Oh, fuck. Mit dem Laufangriff. Jungs, wir sind am Verlieren, ne? Übrigens. Echt? Wir waren doch eben am Gewinnen. Was sind die Leute los? Ja, aber richtig am Verlieren sind jetzt. Ja. Alter, die Leichen hier, ne? Ja. Die Läger Leichen einfach. Woher mich das Spiel nicht abstürzt. Ja, das ist irgendwie... Irgendwie machen die das mit dem Server irgendwie besser als andere, ne? Ja. Oh, ich kann nichts machen, Alter. Hier sind zu viele in der Mitte. Tropete! Wir nächsten, Alter. Was ist los bei euch, ne? Was ist denn ein... Oh, Krieger, der Blaue ist... Oh, eingekillt. Who's the next? Boah, jetzt krieg ich hier leichten... Aber wir haben doch noch ein HP, ne? Wir haben verloren. Ah, rett weg, Jungs! Lauf, lauf da draußen! Lauf! Ja, das war doch schon mal ein schönes Turnier. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren Gaming-Videos hier auf diesem Kanal zu verpassen. Ich sag dann jetzt noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.